Phenomenal, Baby Kanye ist so schön wie du, du bist Phenomenal. Pierre Kussmarks Kinderwagen-Karaoke. Heute mit dem einzigen DSDS-Sieger, dessen Namen man immer noch kennt. Pietro Lombardi. Und jetzt das Allerwichtigste. Wie geht's Alessio? Alessio geht's sehr, sehr, sehr gut. Gott sei Dank. Phenomenal. Phenomenal. Und jetzt bald geht er in den Kindergarten. Ich freue mich drauf und das ist der nächste Step im Leben. Dein neues Lied heißt Phenomenal. Sag es dir gerne noch einmal, du bist Phenomenal, Phenomenal, Phenomenal. Pietro Lombardi singt erfolgreich tanzbare Chartmusik. Aber kommt das auch bei der nächsten Generation gut an? Kussmarks Kinderwagen-Karaoke. Du bist Phenomenal, Phenomenal. Baby Kanye ist so schön wie du, du bist Phenomenal, Phenomenal. Ich will mehr, ich bekomm nicht genug. Wie du dich bewegst, ist nicht normal. Wie anderen Frauen sind mir egal. Ich sage es dir gerne noch einmal, du bist Phenomenal, Phenomenal, Phenomenal. Ich glaube, mehr bestehen kann man nicht beim Kinderwagen-Karaoke als Pietro Lombardi. Du bist Phenomenal, Phenomenal. Baby Kanye ist so schön wie du, du bist Phenomenal, Phenomenal. Ich will mehr, ich bekomm nicht mehr.